Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daddy Shop, wo wir heute sogar was Neues drin haben, ist ja relativ selten, dass wir an einem Montag neue Items reinbekommen. Und zwar wurde ein neuer Gleiter zugefügt zu diesem Pizzaset hier, und zwar der Extrakäse. Irgendwie fehlt jetzt hier oben das Neu. Wenn ich auf den Reiter draufgehe, dann steht das Neu noch da. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich ein Bug sein. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Gleiter drin und ich löse natürlich noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da habe ich ja gleich zweimal 3000 V-Bucks an alle meine Creator-Supporter verlost. Und die beiden Gewinner von gestern sind einmal der Drag und der Julius. Herzlichen Glückwunsch an euch und keine Sorge, falls ihr nicht gewonnen habt. Ich verlose ja immer hier an alle meine Creator-Supporter immer coole Sachen und keine Sorge, falls ihr heute nicht gewonnen habt. Vielleicht das nächste Mal, wie immer, wenn ihr da mitmachen wollt bei den ganzen Gewinnspielen, einfach nur Snogsy hier auf Ehre als Creator eingetragen haben. Und auf Ehre machen wir auch direkt weiter. Nämlich zeige ich euch natürlich den heutigen Fallout-Shop, haben wir weiter noch den MC Waffle-Skin drin, dann dazu die Hacke, das Wassereis. Und noch den Gleiter, den Waffle-Eis-Flieger für 800 V-Bucks. Und dann haben wir hier heute ja neu den Extra-Käse-Gleiter drin für 1200 V-Bucks. Der ist heute neu zum Set dazugekommen. Haben sie erweitert, der Gleiter hat ja noch gefehlt. Ja, ist halt so ein Pizzateig, der aus einer Schachtel rauskommt. Finde ich ganz cool gemacht. Ja, 1200 V-Bucks, auf jeden Fall dafür in Ordnung. Werde ich mir jetzt auch hier direkt mal holen. Dann haben wir noch den Tomaten-Kopf-Skin drin für 1500 V-Bucks. Weiterhin natürlich mit seinem Backpack. Und man bekommt noch ein paar Challenges dazu, wo man diesen alternativen Style freischaltet. Man sieht ihn ja hier in der Übersicht im Hintergrund. So sieht der alternative Style aus. Den kann man durch die Challenges freischalten, die man halt hier kostenlos zum Skin dazugekommt. Und als letztes haben wir noch die Axtaroni drin für 800 V-Bucks mit diesem Sound. Genau, dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wenn euch die Daily Shops-Serie hier gefällt, wie immer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob wir heute auch wieder die 3000 Likes knacken. Und im ersten Slot haben wir dann den Cloaks da drin. Diesen Ninja. Finde ich, ist ein ziemlich geiler Skin. 1500 V-Bucks kostet er. Und selbst wenn er keinen Backpack hat, würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Denn es ist einer der wenigen Skins, die so einen anderen Style haben. Also die Arme sind viel, viel dünner. Und generell die Form des Körpers ist einfach ganz anders als bei den meisten anderen männlichen Skins. Und das ist halt also mal ein bisschen Abwechslung und finde ich ziemlich cool gemacht. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch die Fitnessrunde drin. Auch ein ziemlich nicer Dance. Und dann haben wir noch die Eiszapfenhacke. Auch die kann ich sehr empfehlen. Richtig geile Hacke. Kostet nur 500 V-Bucks und ist dafür echt cool gemacht. Spielt sich halt richtig gut, weil sie so schön dünn ist. Schaut cool aus. Und hier ist der Sound-Effekt nochmal. Genau, deswegen 500 V-Bucks für die Hacke. Absolut guter Preis. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich die zu holen. Dann haben wir noch die Tanz-Therapie drin. Auch der geht mega ab. Und dann noch die Lightshow. Gestern hatten wir, glaube ich, den weiblichen Skin drin. Heute dann den männlichen. Und den letzten Slot des heutigen Tages. Die Glühfe der Dunkelheit. Den feiere ich sogar. Ich bin ja meistens nicht so der Fan von diesen Standardgleitern. Aber der schaut sogar ziemlich cool aus. Weil er halt diese Runen hier auf der Oberfläche hat. Die sich sogar so animiert bewegen. Das schaut auf jeden Fall ziemlich cool aus. So, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt. Tragt mich gerne als Creator ein. Einfach nur Snogsy hier in das Feld hinzufügen. Wenn ihr im Fortnite-Shop seid und euch irgendwas holt. Auf Ehre. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und ja, auf die Endcard blende ich euch jetzt noch ein Video von gestern ein. Da habe ich mal so ein kleines FAQ gemacht. Mal so die häufigsten Fragen beantwortet, die ich bekommen habe. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt gerne mal jetzt hier drauf. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem Video. Hören wir uns dort. Tschüss.